Rrrr-Rrrr-Ruchsik-Pupsikes am Start, meine Bratantikes, und heute ist etwas Unglaubliches passiert, es war schön, es war traurig. Ich kann es nicht in Worte fassen, auf jeden Fall verdient dieses Video ganz viele Likes, Leute. Deswegen lasst einen verdammten Like auf dieses Video da, für die Charlies, Leute, für die Charlies. SAY WAAAT! Denn wir lieben sie alle und gebt den Creator Code CETRO SECONDER ITEM SHOP ein, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt, und seht einfach selbst, was mir passiert ist, Leute. hey dratan liebe dich wie du lüste nicht lecker ausgebildet na n omae wa mou shindeiru oh scheiße 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 bruda bruda chill oh stai oh stai stop right there ja geh bei Seite Charlie ok kommt wieder kommt wieder da 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 oh nein charlie 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 bruda hallo hallo ich liebe sie hier meine desert eagle ja tanzen bisschen hier hallo freudscher was geht bratan oh mein gott leute nachdem wir einen charlie getötet haben kam genau direkt der nächste hier bandage bruder damit du bisschen energie bekommst nimm nimm charlie nimm charlie nimm charlie ich bin ein kaktus du siehst mich nicht ich stehe hier nur rum und bin kaktus da denkt sich auch so oh ok was hat er gemacht oh charlie du alter künstler hier warte mal ich mache dir auch irgendwas geiles was habe ich hier oh kreis kreis jetzt stelle ich mich rein wie ein kaktus und ok leute hallo charlie ok manche bisschen das ist picasso charlie aber es ist unser neuer freund leute geworden wisst ihr er ist ziemlich ziemlich süß das ist unser charlie verbände will er nicht mehr haben egal auf jeden fall was machen wir jetzt mit dem hey bruder pass auf nicht schlagen oh der lebt noch ich dachte ich habe als fallschaden bekommen dann hätte ich mich nicht eingebaut bruder hallo hallo charlie was geht was geht was geht was geht was geht was geht brotant was machen wir eigentlich für eine party komm die zone kommt langsam wir müssen laufen charlie nicht stehen bleiben charlie er droppt mit materialien was warum droppt er mit seinen ganzen materialien was ein ehrenmann hier bandage bruder was droppt er mir er hat stinkbomben dann stinkbomben oh bruder oh geil die werde ich auf jeden fall brauchen glaub mir diese stinkbomben bruder die werden sehr 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 viel bringen vertrauen mir ja ich liebe dich auch sonne und so Leute das ist einfach charlie wir haben ihn gefunden hier irgendwo im nirgendwo und der brattern der chillt einfach mit uns wisst ihr wie ich meine es ist halt einfach ein ehrenmann was soll man denn dazu sagen hey brotant charlie wie geht's so was machst du da drin ist dein haus ist dein haus oder was was willst du da drin machen da ist dynamit ok den juckt es nicht der läuft da dran vorbei aber guck mal wie der jetzt ransnickt alter richtiger james bond man ey bruder ich bin auch versteckt glaub mir wir sind undercover ich komme mit dir guck mal wie der läuft im crouchen wo lebt der bruder der läuft einfach im crouchen der denkt sich so der ist dann unsichtbar oder was denkt er sich dabei noch so mit schall gedämpfte pistole ich kann nicht mehr Leute ich kann nicht mehr was ein ehrenmann oh schatzkarte charlie hat ne schatzkarte gefunden oh mein gott bruder wo ist der schatz zeig ihn mir hier ne 4 hier bruder zeig mir den schatz brattant wo ist der schatz ok scheinbar ist der schatz in die richtung ich weiß auch nicht Leute ich bin vor dir charlie was geht ab hey oh 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 chill bruder er will die pflanze abbauen oder was er denkt sich da ist holz bruder wo lebst du das ist kein holz drin da drin das ist schlecht oh der ist ein gegner oh nein oh nein oh nein oh nein oh nein Leute da war ein gegner gerade das ist ganz und gar nicht gut charlie geht wieder in sein häuschen das ist gut bruder bleib einfach hier der gegner soll vorlaufen wo ist er da hinten der baul grad ab alter scheiße charlie liebe charlie nicht schießen nein er schießt los er schießt los der gegner hat uns gesehen verdammte scheiße was machen wir jetzt charlie und 2 und 1 2 3 und hier bisschen stinkbombe zack 1 bum 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 so jetzt muss jetzt kriegt er oder oh my god Triggerist charlie ich hab uns den kill besorgt alter guck mal wie geil man easy kill oh hey charlie hör auf ein epischen sieg für charlie 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 was machst du da hallo oh mit pistole der ist ja richtig flott unterwegs alter richtiger pro player charlie 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 oh 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 mein gott eines über uns eines über uns und der idiot fällt voll runter alter charlie charlie bau bau charlie ignori alle charlie bau 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 lauf weg charlie oh nein 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 er hat ein skateboot gesichtet er wird weg fahren er wird mich im stich lassen charlie hoffentlich ja hier ist auch ein skateboot hier ist auch ein skateboot charlie wir fahren jetzt zusammen durch die gegend charlie es geht los wir fahren durch die city wir fahren mit charlie Wir fahren mit Charlie Oh, Charlie, was war das für ein Tony Hawk-Much Weil der Charlie ist richtiger Tony Hawk Skateboard-Profi geworden Oh, ich fände der Bruder aber jetzt Aha Oh mein Gott, ich wurde getroffen Verdammte Scheiße Verdammte, verdammte Scheiße Schnell, Charlie, bitte kommentieren, bitte, 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 bitte Ja, da ist er, da ist er Charlie, schnell, ich wurde getroffen Okay, wow Du bist richtiger Profi-Skater Komm, Charlie, komm Komm, 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 komm Komm, pack dein Skateboard hierhin, wir gehen jetzt Komm In mein Haus hier, ich zeig dir jetzt meine Hut, komm rein hier, Bruder Hier, sag, sag, oh, Biggie gefunden, ist wichtig jetzt Oh, Charlie, was geht, Bratan, hier Du hast Minischild, aber hier nimm noch ein Minischild Darf hier rein? Ein Lagerfeufeu Was geht, Bruder, danke für ein Minischild Wir sind hier im Gefängnis Wir sind jetzt im Gefängnis drin Charlie, wir sind Verbrecher, komm, wir tanzen hier am Lagerfeu Charlie, nein Charlie, er sperrt mich ein Einfach ein Bruder, du kannst mich doch nicht einfach hier im Knast einsperren Ich war die ganze Zeit für dich da, Bruder Er sperrt mich hier mit so Schatzkarte ein So richtig traurig, so ich alleine Mit der Schatzkarte Und Charlie ist irgendwo weit weg Was war sie hier? Gebäude sanieren, Straßen reparieren, Mitarbeiter Schlagel machen, Charlie arbeiten, ich bin auch nicht, Bruder Ich hab Belagerfolge ab, danke, aber Liebe Charlie, ich zieh doch jemanden Charlie? Oh, da ist ein Gegner, da ist ein Gegner Oh mein Gott, 157er Hit Das ist ein Weg zum Pushen Charlie, wir pushen Charlie pusht mit mir sogar Oh mein Gott, wir pushen nicht gerade zu zweit Jetzt geht's los Jetzt geht's los Nein Hä? Wer hat den jetzt weggesniped, verdammte Scheiße Hier keine Gegner Guck mal, wie der da sitzt, Mann Den juckt gar nichts, Alter Der ist komplett frei Da oben baut einer Aber Charlie Ich hab so Angst um seinen Kopf Ich mach das lieber weg hier Was? Ey! Der verkackt Der will in die andere Richtung Und schlägt mir erstmal Gib mir eine Bugpfeife, Mann Der Charlie Was soll das, Bruder? Was soll das, Mann? Das geht so nicht Zwei Gegner Bruder, pass auf Ich mach das Bruder Ich zeig dir jetzt Bleib einfach hier Pass auf dich auf Aber geh nicht da raus, okay? Wir sind ein Team Wir lieben uns Hier zusammen Charlie ist wild geworden Er baut wieder auf Er baut wieder auf, Leute Da vorne ist der Gegner gewesen Nein, Charlie Was sitzt du da so rum? Guck mal, wie der hier da sitzt, Mann Da unten ist ein Gegner Da vorne ist ein Gegner Und Charlie sitzt einfach komplett Da Den juckt gar nichts Ah, okay Der eine ist da unten, Charlie Den könnten wir vielleicht töten Pass auf hier, Charlie Wir müssen jetzt den einen hier unten töten Verstehst du das? Zack Und jetzt go Nein Charlie, wir machen das jetzt nochmal, okay? Warte, hier oben Ich komm gleich Pass auf, Bruder Du machst genau dasselbe Jetzt nochmal Und Zack Oh mein Gott Hat er jetzt gerade die Wand komplett durchgeschossen In dem Moment? Ich hab eigentlich auf die Wand geschossen Hammer, Charlie Charlie Bester Mann, Alter Es leben nur noch Drei Gegner Ich hol dich da raus Ich hol dir den epischen Sieg, Charlie Scheißegal, was passiert Wir sind zusammen Die Sieger Komm hier oben Highground holen, Charlie Ganz wichtig Ein bisschen Highground hier Oh Charlie, dein Warte, ich bau dir auf Komm rein Komm rein hier Jawohl Der Bruder, der kommt hier rein Oh, einer wurde von der Schusskanten geholt Alter Es leben nur noch zwei Gegner Es leben nur noch zwei Gegner Boys And Girls Und zack, 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 zack Schade Charlie, wir haben den low gemacht Wir müssen los Komm, Charlie Komm, 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 komm Zone, Zone, Zone Ich hoffe, der kommt gerade nicht Charlie 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 Okay Charlie, pass auf Jump it Jump it Jump it Jump it Oh mein Gott Ich krieg damage Ich krieg damage Charlie Ich krieg damage Ich bin One-Shot Nicht Kappa Alter Charlie Charlie Wo bist du Wo ist Charlie Wo ist der Gegner Da ist er Oh mein Gott Ich hab glaube ihn getötet Nein Oh Ich dachte gerade Ich hab Charlie getötet Was geht Charlie Bruder Wir schaffen das Verdammte Zone Da ist der andere Oh mein Gott Oh mein Gott Charlie Schnell, schnell, schnell schnell. Nein, 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 nein,ииx, nein, 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 nee, nein, 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 oh mein Gott, oh mein Gott, nein, nein, die Zuhe, Charlie, nein. Ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot, 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 und Charlie ist auch Mickey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, und dieser No-Skin gewinnt. Das kann doch nicht sein leute oh mein gott es war so knapp leute lasst auf jeden fall für charlie ein dickes 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 leichter abonniert den kanal mann wir müssen es noch schaffen nein oh mein gott leute creator code zettel sagt in der item shop das legt ab bei so und soviel likes alter kommt die charlie remastered fuck